Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town Heute zusammen mit Crabs, Good Gaming, Yuya, Grants, Nefias, Anne, Dalu, Kat, Chigo, Horch & Cook LP, Early Boy und Kaputzenbob Ja! Hey! Hallo! 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 Ich grüße euch! Das ist meine Waffe! Hallo! Ich grüße euch! Ich grüße euch! Ich muss einfach mal kurz erwähnen bei mir Ich hab keine Leschmehr Nein! Ich bräuch nicht! Ich hab keine Leschmehr Was? Ich bin Detektiv Ich bin Detektiv Ich bin Detektiv Ich bin Detektiv Oh, ich bin Detektiv Ich brauche endlich meine Ruhe an der Ruhe Good Gaming spielt wie der Trader Kann man irgendwie den Timer hochdecken bei der Türbombe oder sowas? Ich will meinen Das ist ja cool Essen kommt Anne ist es Warum? Es wurde endlich eine Bestellbestätigung geschickt Nein, ich war nicht Wir waren grad hier Ich war nicht im Trader Shop Ja, ehrlich sicher? Nein! Ich hab grad meine Maustentivität eingestellt Toll! Okay, hab ich aber auch gesehen, weil du den Kopf dann so geschüttelt hast Von daher Hey! Hey! Anne! Ja gut! Haben wir schon eine Leiche? Ja! Du Blatt! Jetzt ist dann gestorben! Kapuze, wenn das dann gerade ist, ist ein schlimmer dann Das war gut gaming, richtig? Hallo! Ich hab den Trader, aber ich werde wahrscheinlich sterben Ähm, Kapuze, ist dir gut? Wer ist es? Du warst kurz an eng oder Kapuze? Kapuze left in the game, was ist da los? Spiel ist abgeschüttet! Kapuze hat keinen Bock mehr Kapuze ist da los Kapuze ist da durch ein Portal gegangen oder so? Warst du Traitor oder nicht? Kapuze Könnte es sein, du könntest es aber auch sein Nein Kapuze Inno, Traitor? Ja Ich war Inno Okay Ein oder weniger, yay Hier liegt eine Leiche Ich hab ihn gefunden Good Gaming hab ich gefunden Good Gaming wurde unterschossen Ja, warte Da kam der Levy, oder? Ich hab vorhin Shigo gefunden Ach, da ist es genau neben mir Hier ist Good Gaming Ja, ohne Scheiße Ich weiß nicht Ich komme gerade hierher Der hat Boom gemacht Auf, Rachel Oh, Vorsicht Äh, Alter Von wem kam der? Von dir Early Was denn? Early ist es Und Goro Bai auch Goro Bai auch Nix! Goro Bai ist ein Dead Ringer Was? Regel, das war der G zur Seite Die andere Seite hier in Sech Mach du den Gang Ich mach den Gang Wir machen uns hier in Schilligen Warte, den Gang Ich mach den Gang Warte, warte, warte Um Karton Ich hab Anne getötet Haben wir noch irgendwie was Schweines? Wo ist er denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe! Grants ist hier! Ja Dieser Grants Hallo Hallo Headshot! Gut gemacht Gut gemacht Warte, ich identifizieren kurz Er ist doch schon lange tot Oh ja, da haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn Moment, jetzt kann ich mir auch wieder einkaufen Warte, warte, warte Er ist da hinten Ja Moment, lass mir ne Sekunde, ich weiß, was ich mir kaufe Warte, es jetzt! Ja, warte Hast du? Oh, ich hab ne Portalgun Ja, witzig halt jetzt Ich mach ein Portal, wenn er, ich sag dir bescheid Bleib mit dem Camp einfach da Camp einfach da Ich schick ihn zu dir Stell dir einfach vor das Portal mit dein Shopgun Oh, ihr seid schön Guten Tag Hä? Hä? Lalalalalalalala Was war das denn? Habt ihr das grad auch gesehen, wenn mich spektatet? Was ist? Seht ihr das grad auch, wenn mich irgendwie spektatet? Hier ist grad ne Waffe geflogen Ja, seh ich Was ist das? Brutelig Das macht mir Angst Habt ihr das auch gesehen? Schon wieder! Ich hab viele Grafikfehler! Also Early, bis wir Nephi es gefunden haben, echt wahr? Ja, hier finden wir keine Kann ja wohl nicht so schwer sein Jaja Ich finde ihn schon noch Warum warst du jetzt ein Dinges? Early ist Goro tot? Jaja, Goro Goro ist tot, jaja Ja Mikrofon muted Mikrofon activated Hä? Oh! Oh! Der beganns herz'n Soundfehler bei mir! Nein! Leck' mir doch Arsch! Ich fand den Kill persönlich an Goro sehr geil, ey! Haben beide geil! Erli hat wohl ordentlich Zielwasser getrunken hier! Headshot! Erli hat wohl ordentlich Zielwasser getrunken hier! Erli hat sich nicht gefragt Ich hatte schon vorher geguckt Ich will das Cockpit finden Ich will die Sternis sehen Was sind die Sternis? Oh! Ich fand das total unwissiert Ah! Anne ist dreiter! Anne ist dreiter! Anne freit zum Abschluss Ihr habt's gesehen Anne ist jetzt schon mal Detective Befehl Ja Ich hab'n Stern nicht für dich Sternenburg Oh, ist kaputt Haha, ich bin hier mit Julia Jaja, ich steh's auf Kaputze Ich steh's auf Kaputze Tanz, 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 tanz Los, tanz, tanz, tanz Los, tanze sie Tanz! Goro, hilfe Goro, goro Das ist wenn ich da jetzt runterspringe Na, nicht, nicht Da bist du super tot Wo bist du Kapuze? Wo ist Kapuze jetzt hin? Oh, runter, ich rufe springen Kommt zu mir dann zu einem Kapuze Dann ist es da geworfen Geportet Ne Disco Ah, Disco Oh, Pate, Pate, Pate Ja, da ist du Oh, das hat so'n Trattel wieder füllt Das ist meine Statistiken Kapuze Wo bist du? Wuhuuu Sehr schön So weit Los Kapuze, tanz, tanz Tanz Ich komm in die Waffe Ich komm in die Waffe Ah, doch Was war das? Nee, wie du siehst das schieß auf mich Da wurde geschossen Horschi, Horschi, Horschi Ich hab's gesehen, wie er's geworfen habt Hier, Dalo, komm mit Ich hab Angst vor Dalo Ist er tot? Nein, er lässt noch Bin ich ster Jetzt ist er tot Von deiner Decke hängt Er ist im Lüftungsschacht Horschi Komm doch raus, du Schwein Ich bin im Lüftungsschacht irgendwie Aber ich kann mich nicht bewegen Ja, Early Dann musst du dich töten Nannannannnannn Ich bin in Indogrants Oh das war ihrem Greenchat Der ist tot und mit der plasma W creation Heuchy war's Ih haben gesehen wie er die granate geworfen hat Ich bin nicht in der ecke Heuchy ist es der schiesst Nephi, early und dich sind safe Achtung! Der da war! Der da war! Der da war! Julia, Julia, komm nicht! Du rennst in die falsche Richtung! Wieso Krabs? Ich hab Krabs getötet. Weil Krabs den aufgeschossen hat. M, M, M. M, M, M. Okay, safe. Aber M? Überlebe ich das? Ich hab Krabs getötet. Ich glaub, du stirbst noch, Grant. Ich bin aber hier... Ja, aber ich stirbst nach 20 Sekunden. Kapuzo oder Chigo dann auch noch. Ich hab irgendeine Besiegbarkeit geklaut. Das Gaming hat ihn getötet. Dann stirbt Good Gaming. Alle anderen sind safe. Achso, ja, Mera fade. Scheiße. Okay. Ist es denn Chigo oder wie? Chigo oder Kapuzo? So, allein zum Sterben. Kapuzo hat eine Heilige geworfen. Hab ich gar nicht. Ist das mit Goro? Goro ist doch tot. Ja! Kapuzo hat wirklich die Heilige! Der ist da drin, Dalu. Oder war es Dalu? Nein, nein, nein. Das war Kapuzo. Ja, servus. Joll! Gute Runde, ey. Ich wollte einfach die Granate probieren. Die hat mir nichts gemacht. Ja, die ist Urkake. Hab ich jetzt schon mehr. Aber die sehen cool aus. Ja, schön. Die Granate ist urgeil, wenn du mit wem triffst. Kannst du ihn frei erschießen? Komm Kapuze, du stürzt nicht in meiner Schicht. Achso, ich hing in der Wand drin. Stell dir mal vor, alle in einem Raum so. Und dann wirst du die Nadel reinkommen und alle töten. Sei immer nicht so aufmerksam, Örli. Das ist schon geil, wenn sie mir fehlen. Aber so wie es Horchi geworden ist, war nicht so geil. Wie viel hast du umgebracht Kapuze? Zwei glaube ich. Das war auch nicht so geil. Du hast die Ui ja umgebracht. Wie geht mir das frei? Ja, aber mit der... Mit meiner Hund da auch noch wem, oder? Ja, la 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 la. Örli ist oft klar oder weckt? Ey, meine Muni! Ey, meine Muni! Ey, du spiel mir jetzt die Muni wieder an, da weißt du schon. What you gonna do? Hallo! Spiel mir jetzt die Muni wieder an, da weißt du schon. Oh! Ich weiß, was innen geworden sind. Was ist denn los? Kapuze, das ist Wickel, Wickel gehabt. Wickel, Wickel, Wickel. Wickel, Wickel, Wickel. Wickel, Wickel, Wickel. Oh, da ist schon einer eingeschwommen. Was ist hier los? Scheiben, wieder schon los! Wickel, nicht mich töten, nicht mich töten, nicht mich töten! Warum läuft es denn jetzt alles? Nefi beim Trainershop freist du noch Scheiß? Äh, ne, das hat Krabs gewonnen. Oh, jetzt kommt die... Ja! Ich hab voll, ich hab... Oh, Friendship gibt mich! Oh, ich war ein paar Sekunden wieder da. Ich hab einen Trainer gekillt. Ja. Ja, ich hab sie gesehen. Ich hab eine getötet. Das ist Quatsch! Wickel, 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 Wickel. Ja. Nefi ist es... Habt ihr ihn? Ne. Ah! Gleich! Ah! Auf links ist der Detective. Scheiße! Nils ist... Ja. Aber du durftest nicht reden. Aber du durftest nicht reden. Scheiße! Okay, warte. Moment! Pause, Spielstopp. Worauf? Äh, so. Jetzt ist mir egal. Sollen wir auf besseres Wetter warten, oder? Ja, können wir machen. Alles klar. On a device... Na, 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 na. Na, 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 na. War keine Stosse immer drin. Nils! Dass der Cheechin was gut Gaming bekommen hat. Putt, 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 ist der geil. Nils, 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 Nils. Ich glaube, dein Friendship Beam hat mich gekriegt. Ich hab dich erschossen. Der hat fünf andere mitgenommen, das ist mir egal. Ich war auf Karin, hab mir was zu essen geholt. Ich bin 30 Sekunden wieder da und werd gekühlt. Du musst Opfer bringen. Ja, das ist das Karma von Darlou, du darfst kein Essen bekommen zu lange ergriffen. Siehst du, ich hab dich nicht erwischt. Ich fand's trotzdem witzig. Du warst einfach nur schlecht. Wieso? Nils ist ganz schön unverschämt worden, wie kann das sagen? Das gilt nicht eigentlich. Haha, ich wollte die Disco da hochwerfen. Egal, ich krieg ne andere. In die pflücken Jahre da. Aber das ist die eine. Was sagst du? Ja, ja. Sag's jetzt. Was? Ha, ich hab's übernehmen. Aua! 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 Welch Ironie. Oh Gott, hier ist Goro. Was war für dich da für Blödsinn? Nenn mich ruhig Gott. Oh, und Anne, Anne ist es! Ja, ab's gesehen. Identifizieren. Er lebt doch noch. Oh, sorry, sorry. Anne und Goro. Ja, jetzt hab ich Goro getötet, weil das war nur Flex. Ja, dann confirm ihn. Ja, ja, Moment. Ich muss eben... Moment. Hier drin, hier drin, hier drin, Dete. Ja. Ich kann keinen Namen sehen, ich kann keinen. Anne, 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 Anne ist da drin. Anne. Anne ist hier unsichtbar, Dead Ringer. Sie fang grad vor mir. Hä? Sie ist doch hier. Ist sie rausgegangen? Nein, in die Kneipe hier rein. Welche Kneipe? In der Kneipe, hier ist sie drin. Bei Julia ist grad fast vorbeigelaufen. Was? Echt? Ja, da kriegt der Dead Ringer ein. Da hinten ist sie. Lauf! Hinterher! Da ist sie nicht. Rein da! Ich gehe heran an den Gang. Ich bin am Ausgang, hier ist sie. Das wär trotzdem erst wieder ein Dead Ringer. Das ist wieder ein Dead Ringer. Nein, war ich's. Äh, was genau, Julia! Oh, das ist der Hedgehog! Vom Feinsten, ey. Und dann kam ein Tauber noch aus der Richtung. Und ich glaube, dazu läuft sie grad rum. Ich glaube, sie läuft da nicht. Was tust du mit mir? Der Hedgehog war saugeil. Ich kenn den Weg nicht, Nefi. Hab Nachsicht. Es war doch... Es war doch... Wer? Na, Kapuze macht aber den Gorobai. Da macht aber jemand den übelsten Gorobai. Nein. Ich hab noch nie den Gorobai gemacht. So blöd bin ich, ey. Weißt du, was du grade gemacht hast? Den hast du grade gemacht. Er ist es. Was passiert, ey? Jawoll, Leute! Jawoll! 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 Was heißt denn noch lag der? Aber der Trailer ist ja gestorben. Gibt ja drei Trailer und neun Inno. Also da schießt man aus Versehen auf ihn. Ja, sorry Gorobai. Tut mir leid. Fand ich's nett. Ich sag noch, stopp, halt, sorry. Und was machst du? Bam, Tom. Meinst du, ich mach da Kompromisse? War das ein Mertürer von Julia? Was war's gewesen? Er macht keine Kompromisse. Erst Mertürer und dann, äh, äh, dieses Fate gelöst. Da Lu fällt einfach mal mit. Ne, ich blefidiert. Deswegen. Ja, ja. Das war Mertürer. Ah, das war so genial. Julia schießt mal an. Ich dreh mich um und in der Drehung kriegste Intention. Zack! Wie beim Grants grade vor allem. Jedes Mal. Den Luckshot, meinst du? Lieber Friends kennt mich. So hab ich gemacht. Basic. In Kapuze Todes bin ich's early. Ne.